Bruder, wir können... Nein, nein, nein! Ah! Bruder, was? Wir hatten nämlich getötet. Ich hatte den Schild vor mir. Bye, bye. Du bist tot? Du bist tot. Du bist tot, Bro. Lösch deinen Account. Ah, nein! Wow! 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 Komm her, komm her weg! Mit Schild, oder was? Okay, let's go Schild. Auf der Map Schild! Willst du mich verarschen? Bro, auf der Map Schild. Wie soll man auf der Map Schild spielen? Alter. Auf der Map Schild ist nicht so cool. Ich schwöre. Wenn ich jetzt auf der Map 10 Kills mit Schild schaffe. Ja, moin. B, 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 B. Komm, B. Ich kann nicht nach rechts gucken, Mann. Ich will es nicht. Wie? Du kannst nicht nach rechts schauen, Jay. Nach links, nach rechts. Meine... Was ist los? Dein was? Mein Controller spielt. Oben. Ist hier jemand? Wo sind die? Weißt du, wo die... Wo man kämpft? Da, Nechko. Da kann man auch chillen. Warte, hier. Hier. Ich chill hier. Ja, hier ist gut. Bruder, wir können... Nein, nein, nein. Ah! Bruder, was? Wir hatten nämlich getötet. Ich hatte ein Schild vor mir. Ich hatte ein Schild vor mir. Hä? Keine Ahnung, wie ich gestorben werde. Ich... Da ist er? Nummer 1 tot. Oder sind die lost? Wo sind die Gegner? Bei B? Oben. Die kämpft mich hier oben. Hier, warte. Ich töte ihn. Schau. Da oben. Nein! Ich töte mich selber fast! Ja, moin! Erstmal mit Geraden hatte. Selber töten. Gar keinen Bock. Bruder, komm mal Gegner auch. Wo sind die? Da kommt einer. Alles vorbei. Ich push ihn. Los, push, 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 push. Wo ist er? Ich kann ihn nicht töten. Bye, bye. Du bist tot? Boah, wenn du jemanden in die Ecke reinbekommst, dann ist Game Over. Wie er? Er will weglaufen! Er will weglaufen! Er kommt nicht mehr! Oh, Trailer wollte nach Hause laufen. Also Scheiße, wo bin ich hier reingeraten? Ja, in the club. Wenn du einmal in the club bist, kommst du nicht mehr raus. Das ist schon ehrenlos. Das Schild ist so traurig eigentlich. Ja, Jake, du musst dir Challenges geben. Done. Und tot. Weil mein Controller nicht benutzen. Ach so. Hä, warum? Weiß ich nicht. Äh, ich sag dir warum. Weil du, ich sag dir warum. Weil es eingestellt ist auf Controller, nicht auf, äh, auf Maus und nicht auf Controller. Schau mal bei Settings nach. Das ist normalerweise, weil es da steht, du bist mit Maus und Tastatur angemeldet. Deswegen. Diese Sniper langweilen immer, Käse. Da musst du nicht schauen, dass du immer drin bleibst bei B und so. Oder halt nicht lange Wege laufen. Nicht lange Wege laufen, sonst bist du tot. Sehr schön. Gerade, nicht gerade Wege, wollte ich sagen. Lange Wege. Schau, wie er in der Ecke kämmt. So ein Hundesohn. Bruder, du hast eine MP und kämpst. Ich hab ein Schild und spiel mehr Rush als du, Junge. Guck mal, goldene, 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 goldene Zahl. Wie die spielen, ey. Das ist... Du bist tot. Du bist tot, Bro. Lösch deinen Account. Ich weiß nicht, wie viele Kills ich schaffe. Und Blend, ne? Ich hab noch eine Blend dabei. Falls... Die kommt, die kommt, die kommt. Der ist auch tot. Bruder, wie viele Kills mache ich gerade? Ich hab einfach sechs Kills. Da kommt einer mehr. Du bist auch tot. Was? Was? Ich hab ihn noch. Keine Ahnung, wir... Jay, du musst einstellen, dass du mit Controller spielst. Bei... Input. Ich glaub, das ist bei dir auf Maus und Tastatur eingestellt. Kann das sein? Schau mal nach. Ein Controller wird nicht erkannt. Hä, warum willst du einen Controller nicht erkannt? An Switch einladen. Wir sind gerade voll. Warum... 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 Er kennt nicht? Ja, ich weiß nicht was. Ich bin nur am sterben. Ich bin nur am sterben. Man, ich bin nur am sterben. Update, wenn der Box kommt. Ne, 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 er spielt auf PC. PC mit Playstation Controller. Ich überleg gerade, warum es bei ihm nicht erkannt wird. Ich komm nämlich auch nicht in meinen Controller rein, dass ich es umstellen kann. Heavy, du kommst nicht in deinen Controller rein. Da steht... Du bist tot. Spiel neu gestartet? Spielst du mit Kabel oder ohne Kabel? Kabel. Kabel. Kabel schon rein und raus gesteckt. Erkennt er nicht? Erkennt er? Bro. Er läuft einfach weg von uns ärgern, der Typ. Weil er Angst hat, dass er stirbt mit Schild. Ne, ist... Gameplay. Äh, Michelle. Einfach Gameplay, Mann. Schau, wie er zurückläuft. Schau, wie er wegläuft. Schau, wie er wegläuft. Schau, wie er wegläuft. Du bist tot, Bro. Du bist sowas von tot. Danke für die Follow. Sky. Sky, wie erdenlos ich mit dem Schild spielen muss, gell? Aber es ist... Es ist... Ich sag's euch, wie es ist. Es ist... Alter. Wenn du so ein bisschen passiv spielst, ist es gar nicht so schwer. Du musst wirklich erdenlos passiv spielen. Er wird sterben. Doch. Mein Kill eigentlich. Sehr gut. Richtig erdenlos muss ich spielen. Warten bis sie kommen. Anders geht gar nicht. Du kannst sie nicht loschen. Aber wenn die sich pushen, sind die tot. Oder Sky, weil... Wenn die dich pushen, sind die tot. Die sind tot einfach. Außer er muss weglaufen wieder. Da läuft einer vorbei. Schau mal. Schau mal, wie er mich sucht. Schau, wie er mich sucht. Schau mal. Schau. Bye, bye. Siehst du das? Ja, moin. Schau. Schau uns das mal an, Michelle. Wie lost die Gegner doch sind. Schau. Du kannst mich nicht töten. Du kannst... Aber weißt du, was ich machen kann? Ich kann ihn blenden und töten. Er wird sterben. Und tot. Ja, moin. Löscht dein Account Killstreak mit Schild, bro. Einfach Schild Killstreak. Ich glaube, ich bin geboren für Schild und Messer. Für Schild und Messer geboren einfach. Jake, du musst wieder reinkommen. Wir brauchen dich. Egal. Sehr schön. Sehr schön, Messer. Das ist zu witzig gerade hier. Es ist einfach witzig. Schau mal, was sie hinbaut. Von rechts von mir. Da ist sie, Mann. Schau, wie er wegläuft. Ich push die, Mann. Nein, ich kann die nicht pushen, warte. Wir sind zwei. Wir sind zu zweit. Ja, ja. Du kommst. Wie er mich... 250 Spiele? Gute Frage. Rechne es mal hoch. Guck mal. Ein Spiel dauert, sagen wir mal 10 Minuten plus minus. Und dann kannst du hochrechnen. 250 mal... 250 mal 10 Minuten. Was sind das? 2.500 Minuten? Was sind 2.500 Minuten die Stunde? Ja, moin Netschko, let's go. Hat der Netschko? Ja, ich glaube, irgendjemand. 2.500. Ist ein Lobby. Ja, ungefähr Durchschnitt. Ich sag jetzt mal mal 10. Vielleicht sind das nicht mal 10. Vielleicht bei A. Ich gehe bei A. Ich kann alle nicht gehen. Das ist zu offen für mich. Ja, ja. Die kämpfen alle mit dem Schneider. Alle mit dem Sniper. Bruder, du wirst sterben. Hör auf, auf mich zu springen. Der Typ denkt immer... Du bist auch tot. Schau mal, wie er wegläuft. Schau mal, wie er wegläuft. Schau mal, wie er wegläuft. Ja, moin. Er läuft weg. Er läuft weg. Er läuft weg. Sky. 41 Stunden. Ah, danke dir. Nicht mal Mathematik, Mann, Michelle. Mathematik. Wo kommst du denn der Sky? Ich weiß gar nicht. Ich spiele gerade wie ehrenloser. Aber ich muss diese... Ich habe einen Challenge für YouTube. Ich muss das jetzt machen. Irgendwann muss ich das machen. Aber ganz witzig. Auf der Map Schild. Da kommt einer rein. Da ist jemand. Der ist da reingelaufen. Oh mein Gott, es sind zwei. Warte. Nein, er hinter mir hinter mir. Oh man. Der ist tot. Bye bye. Löscht es. Die wollen mich töten, aber die können mich nicht töten. Die wollen mich töten, aber können mich nicht töten. Guck das an. Das ist geil. Die wollen mich unbedingt töten, aber schaffen es nicht. Ja, moin. Niedersachsen. Spielst du das Spiel auch? Nein, schluss hier. Das ist zu geil. Ich weiß, es ist ein bisschen campy, wie wir hier rumlaufen, aber es ist am einfachsten hier. Das sind Häuser. Bei Alpha. Sun läuft auch mit Schild. Geil. Bei Alpha ist es komplett offen. Wenn ich da reinlaufe, bin ich tot mit Schild. Du wirst von der Seite irgendwo angesniped. Du musst halt mit Schild immer hausmäßig laufen. Es kommt keiner mehr bei B. Doch, doch. Hier, 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 hier. Zwei, zwei, zwei. Warte. Ah. Oh nein. Wow. Komm her, komm her. Ihn Arsch. Sein Freund hat sich gerade gerettet. Iskai. Hast du gesehen? Die sind so schlecht. Alter. Es ist das Problem mit dem Schild. Du hast Angst. Du weiss nicht was du machen sollst. Schau mal. Da läuft auch wieder einer mit Schild drum. Mit Messer kannst du ihn töten. Warte. Lauf mal schneller hin. Nein, ich wollte ihn nicht messern. Ich wollte ihn nicht messern. War mein Fehler. Ich wollte ihn nicht messern. Ich wollte ihn nicht messern. Wir gehen wieder da rein. Messern ist zu einfach. Schild ist... Ich glaube, Schild ist wie... X. Was ist das? Was ist das? Hallo? Er tötet mich. Ich brauche Hilfe. Bitte irgendjemand. Nein. Da ist einer mit Schild. Schildkampf. Was ist das für... Was ist das? Das muss man hochladen. Zu witzig. Zu witzig. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh. Oh mein Gott. Oh, Train. Das war zu witzig gerade. Jetzt haben die gewechselt auf unsere Strategie. Es kann doch nicht sein. Auf welcher Plattform spielst du, Sky? Die haben einfach unsere Strategie kopiert. Die haben gesehen, wir sind OP. Die müssen auch mit Schild rumlaufen. Bruder. Lächerlich. Da ist einer? Warte. Leg dich hin, damit ich dich töten kann. Blenden. Du musst vorher blenden. Oh, meine Frau ist da. Oh, papppppp. Oh, danke. Schau, was sie mir gebracht hat. Ich find's so geil. Ich muss euch zeigen. Warte. Warte ganz kurz, Sky. Schau. Erklär mir bitte jemand dieses Ernst. Da lacht sie auch noch. Was ist das? Bruder, was ist das, Jake? Was ist das? Das ist nicht, leider. Das ist es. Also. Das ist Joghurt, Reis mit Brokkoli und Meis. Joghurt mit Reis, Brokkoli und aber alles nicht mal gekocht. Der Reis ist auch nicht gekocht. Ja, Netschko. Das Brokkoli ist sogar noch kalt. Warte mal. Brokkoli ist kalt. Der ist ein altes Brokkoli kalt. Brokkoli ist einfach kalt. Der ist überhaupt gar nicht kalt.